Hallo, herzlich willkommen auf dem PsychKast-Kanal. Heute erwartet euch hier ein Video zur Behandlung einer Erkrankung, nämlich der bipolaren Störung. Das ist ein neues Format. Ich hatte ja zuletzt sehr viele Videos zu einzelnen Medikamenten gemacht und es gab ja immer schon Videos zu bestimmten Themen, aber noch nie so richtig zur Behandlung einer einzelnen Erkrankung. Ich habe mir heute die bipolare Erkrankung rausgesucht, weil die häufig und interessant ist in der Behandlung und ich kann jetzt auch nicht alles über diese Erkrankung und ihre Behandlung sagen, aber das, was für die Pharmakotherapie wichtig ist, das soll in diesem Video rankommen. Auch das ein bisschen im Überblick, aber ausführlich genug, wie ihr es von uns kennt hier auf dem PsychKast-Kanal. Ich habe mir eine große Tasse Lakritz-Tee gemacht und wir haben genügend Zeit und jetzt geht's los. Also, mein Name ist Dr. Jan Dreher, ich bin Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Ich mache den PsychKast zusammen mit meinem Freund Alexander Kugelstadt und ich habe auch ein Buch geschrieben, Psychopharmakotherapie griffbereit heißt das, ist im Thieme Verlag erschienen und da gibt es noch mehr Themen dieser Art, dargestellt auf diese Art. Ich habe keine finanziellen Interessen oder Interessenkonflikte bezüglich dieses Videos und ich habe in den letzten drei Jahren zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos auch kein Geld von Pharmafirmen angenommen. Das heißt, das Video sollte euch einen unverzerrten Eindruck davon geben, was ich wirklich denke und was ich wirklich in meiner psychiatrischen Praxis so mache. Ich bin Chefarzt einer psychiatrischen Klinik und das, was ich euch jetzt erzähle, ist das, was ich auch tatsächlich in der Therapie so mache. Worum wird es heute gehen? Also, ich werde euch zunächst zur Diagnose und Differenzialdiagnose der bipolaren Erkrankung was erzählen. Ich will kurz darauf eingehen, was der Unterschied zwischen Bipolar 1 und Bipolar 2 ist. Und dann besprechen wir das der Hauptteil des Videos, wie man Manin-Depressionen behandelt und wie die Phasenprophylaxe der bipolaren Erkrankung aussieht. Ich sage ganz kurz was zur Prognose und dann, wie es sich ebenfalls für ein gutes PsychKast-Video gehört, haben wir Hörerinnenfragen und die gehen wir ganz in Ruhe durch. Die sind immer besonders interessant, weil das auch viele Sachen sind, an die ich natürlich gerade nicht denke. Fangen wir mal an mit der Diagnose einer bipolaren Erkrankung. Und das ist sehr wichtig, denn es gibt eine ganze Reihe von Fehldiagnosen und zwar Überdiagnosen und Unterdiagnosen. Es gibt also Leute, die immer zu viele bipolare Störungen diagnostizieren, wo auch gar keine bipolaren Störungen sind und dann helfen auch die ganzen Pillen nicht. Und es gibt auch die Unterdiagnose, dass also, sagen wir mal, nur eine rezidivierende Depression diagnostiziert wird, auch wenn es tatsächlich dann eine bipolare Störung wäre. Und auch das ist ein Problem, denn dann gibt man Medikamente nicht, die helfen würden. Also eine bipolare Störung, ich habe es hier mal auf der Grafik vereinfacht dargestellt, ist, wenn man so im Jahresverlauf, ich habe hier 2009 bis 2022 aufgeschrieben, immer wieder manische und depressive Episoden erlebt. Krankheitsepisoden von mehreren Tagen, aber bei den Depressionen mehreren Wochen Dauer, die immer wieder kommen. Das ist eine bipolare Störung, manische und depressive Phasen im Verlauf. Das hier ist keine bipolare Störung. Ja, wieso? Die Kurve sieht doch genauso aus. Richtig, aber unten stehen Uhrzeiten. Jetzt steht da nicht die Jahreszahl, sondern die Uhrzeit des Tages, 8 Uhr bis 21 Uhr. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Menschen, die haben Stimmungsschwankungen über den Lauf eines Tages. Das ist bei Borderline-Erkrankungen häufig, das ist bei bestimmten Persönlichkeitsakzentuierungen häufig. Das ist aber auch bei stressigen Tagen bei Gesunden häufig. Das ist aber eben gerade keine bipolare Störung. Da helfen auch die ganzen Pillen, über die wir gleich sprechen, nicht. Es gibt ja viele Leute, die bei den Phasenprophylaktika, die heißen auch Stimmungsstabilisatoren, denken, ja gut, wenn ich so ein bisschen launisch bin oder wechsellaunig bin oder wenn ich halt über den Tag manchmal ganz gut drauf bin, manchmal deprimiert bin, dann sei ich schon bipolar und dann würde mir schon so ein Medikament helfen. Das ist nicht der Fall. Also wenn die Stimmung über den Tag schwankt, hat das nichts mit Bipolarsein zu tun. Und auch das ist keine bipolare Störung. Hier steht jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch auf der X-Achse. Und auch solche kurzen Stimmungsschwankungen haben irgendwelche psychischen Gründe und sind auch ganz interessant, aber sie sind keine bipolare Störung. Auch hier helfen diese Medikamente, über die wir gleich sprechen, gar nicht. Eine bipolare Störung ist, wenn man im Verlauf mehrerer Jahre, jetzt habe ich es hier nochmal aufgerufen, manische und depressive Episoden hat. Das ist eine bipolare Störung. Dann wird immer ein großes Trara drum gemacht, ob es jetzt eine Bipolar 1 oder Bipolar 2 Störung ist. Das ist eigentlich nicht so wichtig, weil es keine so große therapeutische Konsequenz hat. Und interessanterweise wird es auch bei verschiedenen Wissensplattformen nicht ganz konsistent dargestellt, was jetzt eigentlich Bipolar 1 und was Bipolar 2 sein soll. Ich erkläre euch hier folgendes. Bipolar 1 Störung ist eine Erkrankung, wo man mindestens eine echte, richtige, ausgeprägte Manie hatte. Es gibt auch depressive Phasen, wie hier zum Beispiel eine depressive Nachschwankung. Aber die Manien stehen im Vordergrund. Das ist Bipolar 1, während Bipolar 2 kann auch Manien haben. Aber es hat mindestens eine schwere, depressive Phase und die sind wiederholt. Und die Depressionen stehen im Vordergrund. Das ist meine Unterscheidung. Bipolar 1 sagen manche auch, hat echte Manien. Bipolar 2 nur Hypomanien. Das ist eine etwas andere Formulierung. Und es gibt auch andere Darstellungen, aber das ist schon die häufigste. Wie findet denn eine Patientin, wie findet eine Patientin jetzt raus, ob er eine bipolare Erkrankung hat? Tatsächlich kann man das ja nur herausfinden, wenn man über mehrere Jahre so einen Stimmungskalender hat. Und es gibt da eine ganze Reihe von Instrumenten. Das hier zum Beispiel ist ein Kalender, der ist von der Deutschen Gesellschaft für bipolare Störungen herausgegeben. Da kann man über den Verlauf eines Monats aufschreiben, wie die Stimmung so war. Und hier ganz oben rot, nicht mehr kontrollierbar, das heißt total manische Stimmung. Und unten in Grau auf dem Tiefspunkt, das heißt depressive Stimmung. Das heißt, hier könnte man schon aufschreiben, ob man eine Manie oder eine Depression hat. Und da kann man zusätzlich noch schreiben, wie der Schlaf war. Das ist ganz wichtig, um eine manische Episode zu diagnostizieren. Da ist der Schlaf nämlich in der Regel gestört. Welche Medikamente man genommen hat und was sonst so gewesen ist. Aber ein Monat ist eigentlich immer noch zu kurz. Eine depressive Phase geht ja dann über den ganzen Monat. Wenn ich dann natürlich zwölf Monate nebeneinander lege, dann kriege ich schon was raus. Aber die gleiche Deutsche Gesellschaft für bipolare Störungen gibt auch dieses Blatt raus. Das ist jetzt mal ein Überblick, das zeigt über fünf Jahre, wie die Stimmung ist. Und da kommen wir der Sache wirklich schon näher. Ich habe hier mal eine Vergrößerung gemacht. Da kann man oben schreiben, welche Medikamente man hat. Und dann in dem hier in der unteren Hälfte des Bildschirms sichtbaren Bereich, da kann man eben die Stimmungsschwankungen zwischen Manie und Depression ganz gut aufzeigen. Und dann hat man einen Verlauf über fünf Jahre. Und den auch noch zusammen mit der Medikation eben in einem Fünfjahreschart. Das ist wirklich sinnvoll und übersichtlich. So kann man die Diagnose ganz vernünftig stellen. Gut, wir hier im PsychKast sind natürlich immer auch große Freunde der digitalen Gesundheitsfürsorge. Es gibt auch Apps. Ich habe jetzt keine Beziehung zu eMoods, aber das ist die, die man im App Store relativ prominent findet, wenn man bipolare Störungen und Moodlog eingibt. Und die ist ja auf Deutsch. Und da kann man für jeden Tag auch eingeben, wie viel habe ich geschlafen? Wie war meine depressive Stimmungslage? Wie war meine manische Stimmungslage? Welche Medikamente habe ich genommen? Das ist ziemlich gut. Und das kann die Sache auch auswerten und auch über einen längeren Zeitraum. Okay, jetzt haben wir Bipolar 1, eher Manin. Bipolar 2, eher Depressionen. Eine Differenzialdiagnose, um die wir nicht rumkommen, ist noch die schizoaffektive Störung. Das ist eine Erkrankung, die auch mit Stimmungsschwankungen einhergeht. Deswegen ist das affektive Störung auch in der Diagnose drin. Aber es ist noch schizo drin. Das heißt, die hat auch psychotische Anteile, diese Erkrankung. Also wenn man sehr ausgeprägte Halluzinationen, sehr ausgeprägten Waren hat und dann noch depressive und manische Phasen. Und beides ist so ungefähr gleichwertig in der Bedeutung für die Krankheit, für die Diagnose. Dann ist das eine schizoaffektive Störung. Die ICD-10 formuliert das natürlich viel eleganter. Und bei der Bipolar-Erkrankung sind die Stimmungsschwankungen, also die manischen und depressiven Episoden, um es richtiger zu sagen, ganz im Vordergrund. Und psychotische Symptome waren, gibt es entweder gar nicht oder mal während der Spitze der Manie mal so ein bisschen Größenwahn oder so. Okay, aber mehr eigentlich nicht. Das ist die Trennlinie. Diese Trennlinie ist nicht sehr scharf und deswegen gibt es auch immer mal Patienten, die nach zehn Jahren mit einer gut begründeten Diagnose der einen Sorte dann auf die andere Seite wechseln. Und es gibt auch zwischen zwei verschiedenen Behandlerinnen und Behandlern oft unterschiedliche Diagnosen, weil das eben sehr nah beieinander liegt. Aber das Unterscheidungskriterium ist eben, wie viel Waren und Halluzinationen sind im Krankheitsbild relevant. Also da sind wir schon mal relativ schnell durch die Diagnosen gekommen. Und können uns nun ganz der Therapie widmen. Also fangen wir mal hier mit an. Die meiste Zeit über befinden sich bipolare Patienten in Remissionen. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis. Sie ist auch sehr einfach, aber sie ist auch sehr wichtig. Denn im Krankenhaus sieht man die Patientinnen und Patienten natürlich nicht in der Remissionsphase. Da sieht man sie nur, wenn man sie ambulant behandelt. Im Krankenhaus sieht man manchmal die kurzen manischen Episoden. Die sind hier rot dargestellt. Etwas öfter die meistens ja häufigeren und aber jedenfalls auch länger dauernden depressiven Episoden. Das sieht man im Krankenhaus. Aber für einen Patienten, für eine Patientin ist die Phase, wo gar keine Krankheitssymptome bestehen, natürlich die mit Abstand längste zum Glück. Und in dieser Remission sind die Patientinnen und Patienten ja auch beschwerdefrei. Es gibt normalerweise keine reduzierte Leistungsfähigkeit, kein Residuum, wie es das bei der Schizophrenie manchmal gibt. Sondern die Patientinnen und Patienten sind voll leistungsfähig, gehen ihrem Beruf nach, leben ihr Familienleben, leben ihr Vereinsleben, sind völlig gesund. Und das muss man sich vor Augen halten, dass das die überwiegende Zeit der Behandlung ist. Und die beiden anderen Zustände sind eher die Ausnahme. Die Regel ist die Remission. Und weil das die mit Abstand häufigste Behandlungssituation ist oder die längste, fangen wir damit auch an. In der Remission, also während es weder eine Manie noch eine Depression gibt, da gibt es dennoch eine medikamentöse Behandlung. Und zwar mit dem Ziel, zukünftige depressive oder manische Episoden zu verhindern. Also da ist ja gar keine Symptomatik, die man wegbehandeln muss. Und dennoch ist es eine wertvolle Behandlungszeit. Denn man kann tatsächlich Manien in der Zukunft verhindern und man kann auch die Häufigkeit und Schwere von depressiven Episoden in der Zukunft verhindern oder reduzieren, wenn man es richtige phasenprophylaktische Medikamente gibt. Und gerade in der Manie zerschlagen die Patientinnen und Patienten viel porzellanbildlich gesprochen. Da kann schon viel kaputt gehen. Und die Depression möchte man auch keinem wünschen. Beides sind Krankheitsphasen, die zu verhindern, es sich lohnt. Und das macht man mit einem Phasenprophylaktikum. Also zum Beispiel Lithium, das ist das bekannteste. Und ich will jetzt nochmal deutlich machen, ich habe es eben schon gesagt, ich sage es jetzt einfach nochmal, was das Ziel der ganzen Sache ist. Wenn man so einen Bipolar Lifetime Chart aufmalt und die depressiven Phasen, die sind hier von der Mittellinie aus nach unten praktisch abgestrichen, nach unten abgezeichnet und die manischen Phasen, die sind hier nach oben gezeichnet. Wenn man die so zusammenträgt, dann kann man ja gucken, was in den letzten 15 Jahren war. Das kann man auch nicht mehr beeinflussen. Man steht heute. Und wenn man jetzt kein Medikament nehmen würde zur Phasenprophylaxe, dann würde der weitere Krankheitsverlauf ebenso ähnlich aussehen. Ungefähr gleich viele manische Episoden, vielleicht sogar mit den Jahren mehr und ungefähr gleich viele depressive Episoden. Das ist der Behandlungsverlauf ohne Phasenprophylaxe. Und das Ziel der Phasenprophylaxe ist jetzt, die Anzahl der Maninen zu reduzieren und die Schwere der Maninen zu reduzieren und auch die Anzahl der depressiven Episoden und die Schwere der depressiven Episoden zu reduzieren. Bei einer guten Phasenprophylaxe klappt das bezüglich der Maninen fast vollständig. Also unter einer guten Phasenprophylaxe haben viele Patienten 15 Jahre lang keine manische Episode mehr. Und wenn, dann ist es so eine milde Hypomanie, mit der man ganz gut zurechtkommen kann. Depressive Phasen gibt es schon mal vereinzelt, sind aber dann hoffentlich auch weniger schwer und eben sehr viel seltener als unbehandelt. Das ist das Ziel einer Phasenprophylaxe. Mehr kann die Phasenprophylaxe auch nicht. Also Stimmungsschwankungen während des Tages, haben wir eben ausführlich darüber gesprochen, kann sie nicht reduzieren. Sie kann nur Krankheitsepisoden reduzieren. Naja, und da gibt es jetzt eben verschiedene Phasenprophylaxe. Das wirkstärkste ist wahrscheinlich das Lithium, also meine persönliche Meinung ist, das ist das Lithium. Das zweitstärkste ist vielleicht das Valproat, dann kommt das Carbamazepin irgendwann und dann kommen noch eine ganze Reihe von weiteren Antiepileptika. Die haben aber Unterschiede in der Wirkstärke. Die sind nicht alle gleich wirkstark. Klar, bei der einzelnen Patientin, beim einzelnen Patienten kann es auch sein, dass jetzt mal Carbamazepin sehr gut wirkt und Lithium gar nicht. Das kann es natürlich geben. Aber insgesamt ist es schon so, dass die Medikamente meiner persönlichen Meinung nach, aber da stimmen ja auch die meisten Psychiater zu, grundsätzlich erstmal eine unterschiedliche Wirksamkeit haben. Da würde man sagen, naja, prima, dann kriegt einfach jeder Lithium. Aber das Problem ist, sie haben auch, und das ist jetzt das Nebenwirkungschart, sieht genauso aus, unterschiedlich starke Nebenwirkungen. Das Lithium hat schon am meisten Nebenwirkungen. Kann man sagen, gut, das hängt auch sehr vom Blutspiegel, also von der Dosis ab, die man gibt. Das stimmt auch. Und dennoch hat das relativ viele Nebenwirkungen. Und das Valproat, bei Frauen im gebärfähigen Alter kann man es gar nicht geben, aber bei Männern kann man es geben, hat auch einige Nebenwirkungen. Das Carbamazepin auch. Und die anderen Antiepileptika auch, aber in reduzierter, also in absteigender Häufigkeit, würde ich mal sagen. Es ist nicht ganz leicht, das jetzt im Einzelnen zu sagen. Ich habe aber zum Lithium schon ein Video gemacht und vielleicht kommen ja auch noch Videos zu den anderen Medikamenten. Ich würde empfehlen, das Lithium-Video zu gucken. Da sieht man das dann genauer aufgedröselt. Ich habe jetzt hier mal die Häufigkeitsklassifikation, die sich jetzt in den Beipackzetteln so ein bisschen durchsetzt, zugrunde gelegt. Die häufigste Nebenwirkung von Lithium ist natürlich das Zittern, der Tremor. Der tritt vor allem bei höheren Blutspiegeln auf. Wenn der auftritt, dann ist es eher ein Zeichen dafür, dass der Blutspiegel zu hoch ist und dann kann man es reduzieren. Aber manche Patientinnen und Patienten haben Tremor auch unter einem nicht so hohen Blutspiegel. Aber auch andere Nebenwirkungen können auftreten. Gewichtszunahme, ich weiß gar nicht, mehr als 10 Prozent kann sein, aber es ist jedenfalls auch nicht bei jedem so. Mundtrockenheit, Durst, Übelkeit, EKG-Veränderungen, da kommt schon viel zusammen. Jetzt ist es so, auch das Carbamazepin hat natürlich viele Nebenwirkungen. Das hat insbesondere den Schwindel und manchmal die Hyponatriämie, die spielt eine Rolle. Die hängt auch mit dem Schwindel manchmal zusammen. Das macht schon auch eine Sedierung bei manchen. Das hat auch viel Wechselwirkung mit anderen Medikamenten. Also das ist jetzt auch kein super gut verträgliches Medikament. Aber die Verträglichkeit ist insgesamt doch besser. Beim Walproat kann ich jetzt auch nicht alle Nebenwirkungen erklären. Also Männer, die das nehmen, die haben am ehesten mit Sedierung, also Müdigkeit und Schwindel zu tun. Für Frauen im gebärfähigen Alter muss man auch klar sagen, ist es komplett ungeeignet. Es gibt ja diese Aufklärung vom BfArM. Das kann eben zu Fehlbildungen bei den Kindern während der Entwicklung, während der Schwangerschaft führen, die so häufig sind, dass man Walproat bei Frauen im gebärfähigen Alter nur mit einem sehr strengen Schwangerschaftsverhütungskonzept durchführen kann. Und auch nur, wenn andere Medikamente nicht gewirkt haben und da spätestens in der Manie fast alle Verhütungsmethoden nicht mehr zuverlässig sind, setzt man es bei Frauen im gebärfähigen Alter wirklich als Mittel der allerletzten Wahl ein. Auch dazu könnte ich mal ein einzelnes Video machen, aber für die Facharztprüfung also nicht vergessen, dass man das nicht geben darf im gebärfähigen Alter, außer Supersondersituationen. Ich will noch mal ganz kurz wiederholen, wie man Lithium dosiert, weil das einfach immer wieder gefragt wird. Also Lithium wird immer nach dem Blutspiegel dosiert, nicht nach der Dosis. Man misst bei jedem Patienten, bei jeder Patientin in den ersten Wochen wöchentlich, danach monatlich den Blutspiegel und guckt dann, welchen Blutspiegel jemand erreicht. Unter 0,4 Millimol pro Liter ist es unsicher in der Rezidivprophylaxe. Es ist schon so, dass es so Studien gibt, wenn mehr Lithium im Grundwasser ist, dann gibt es weniger Suizidversuche oder Suizide und vielleicht einen positiven Einfluss auf die Gesundheit. Da kann ich nicht so richtig viel zu sagen. Also es ist schon plausibel, dass Lithium auch in niedrigeren Konzentrationen irgendwas macht. Aber als sichere Phasenprophylaxe, da würde man erstmal über 0,4 Millimol gehen wollen. In der Gerontopsychiatrie reichen zwischen 0,4 und 0,6 Millimol wohl auch aus zur Phasenprophylaxe. Auch wenn man es zur Augmentation bei depressiven Episoden gibt, ist das ein guter Spiegel. Die normale Phasenprophylaxe bei Erwachsenen, nicht Gerontopatienten, ist so zwischen 0,6 und 0,7, vielleicht höchstens 0,8 Millimol pro Liter. Und drüber muss man nicht gehen für die Phasenprophylaxe. Über 0,8 bis 1,2 ist der Blutspiegel, den man anpeilt für die Therapie der akuten Manie. Und über 1,2 muss man praktisch nie gehen. Das führt dann auch schnell zu starkem Zittern und anderen Vergiftungserscheinungen und ist dann zu hoch. Wie viel Dosis man für welchen Blutspiegel gibt, das ist von Patient zu Patient unterschiedlich, aber innerhalb eines Patienten ist es dann dosislinear in der Regel. Okay, nächster Abschnitt. Wie behandle ich denn die depressive Episode bei einer bipolaren Erkrankung? Also die meiste Zeit ist der Patient ja in Remission. Wenn jetzt aber doch eine depressive Episode anfängt, was mache ich denn dann eigentlich medikamentös? Und die kurze Antwort ist, ich gebe das Phasenprophylaktikum weiter. Es ist auch der wichtigste Baustein der Behandlung der depressiven Episode während der depressiven Episode. Ich gebe in der Regel kein Antidepressivum und wenn ich will, kann ich ein bisschen was zum Sedieren oder zum Schlafen geben. Und jetzt große Überraschung, was während der depressiven Episode soll ich kein Antidepressivum geben? Was ist denn da los? Und das muss man erklären, denn jeder depressive Mensch denkt sich doch, wieso, da gibt es doch Antidepressiva, das müsste doch helfen. Und es ist auch sehr häufig, dass das eingesetzt wird. Es ist aber schon seit langer Zeit fraglich, ob man damit einen Nutzen stiftet. Also zum einen ist es so, es gibt die Gefahr, dass man durch die Gabe von Antidepressiva einen bipolaren Patienten, der gegenwärtig noch in der Depression ist, in die Manie schubst durch die Gabe eines Antidepressivums. Und ich habe, um der Wahrheit die Ehre zu geben, auch mehr als einen Patienten gesehen, den ich in einer depressiven Phase, also bei einer bipolaren Erkrankung, mit einem niedrig dosierten Antidepressivum behandelt habe und der dann eine Manie entwickelt hat. Vielleicht hätte er das auch ohne Antidepressivum gemacht, weiß ich natürlich nicht genau, aber es ist dann schon eindrücklich, man will das verhindern. Und das ist unstrittig, dass es diese Gefahr gibt oder das denken die meisten Psychiater, ich auch, dass es die Gefahr gibt. Deswegen machen viele es so, sie dosieren das Antidepressivum niedrig und vorsichtig. Aber es ist auch die Frage, ob das dem Patienten überhaupt was bringt. Also unstrittig ist, dass Antidepressiva bei unipolaren Depressionen wirken, aber bringen sie auch was bei der bipolaren Erkrankung? Die S3-Leitlinie zur Diagnostik und Therapie bipolarer Störungen, die ist ein bisschen sperrig zu lesen, aber ist natürlich Gold wert. Also wer da Behandlungen häufiger durchführt, der sollte sich wenigstens die Kurzversion mal angucken. Die sagt, naja, also leichte Depressionen soll man auf keinen Fall mit einem Antidepressivum behandeln während einer bipolaren Erkrankung. Und bei den schweren Depressionen, ja, weiß die Leitlinie nicht genau. Es gibt eine relativ frische Meta-Analyse, Mai 2022. Die hat sich, ich muss gerade mal selber gucken, die hat sich, wie viele Studien hat die sich hier rausgefunden? 19 Studien hat die rausgefunden und hat geguckt, bringen Antidepressiva was während der depressiven Episode im Rahmen einer bipolaren Erkrankung? Und die Konklusio ist, es gibt keinen Hinweis darauf, dass diese Antidepressiva was bringen. In dieser Meta-Analyse kommt jetzt auch nicht raus, dass die die Gefahr eines Switches in die Manie verstärken. Aber wenn sie nichts bringen, muss ich diese Gefahr auch gar nicht erst eingehen. Also die Studie zeigt ziemlich deutlich, dass in allen Studien, die das untersucht haben, kein Vorteil durch das Antidepressivum gesehen wird. Und ich versuche deswegen, es auch zu vermeiden, Antidepressiva zu geben. Ja, vielleicht ein bisschen was Pflanzliches, aber nicht so ernsthaft. Und wenn, dann wirklich sehr niedrig dosiert und sehr vorsichtig und sehr kurz. Aber nach Möglichkeit eigentlich gar nicht. Und deswegen kommt raus, Phasenprophylaktikum weitergeben, kein Antidepressivum und gegebenenfalls was zum Schlafen. Also Baldurat und was immer man vorher als Phasenprophylaktikum hatte. Man muss übrigens, das ist auch eine wichtige Message, nicht jedes Mal, wenn eine kleine Depression anfängt, das Phasenprophylaktikum wieder in Frage stellen. Auch das beste Phasenprophylaktikum führt nicht dazu, dass man nie mehr Symptome hat. Und nicht jedes Mal, wenn da ein kleines Symptom anfängt, muss man gleich vom wirksamsten auf das drittwirksamste wechseln. Und bei der zweiten kleinen Depression nach nochmal drei Jahren gleich alles über einen Haufen werfen. Man gibt einfach das Phasenprophylaktikum weiter, das man vorher gegeben hat. Wenn es denn eigentlich den Eindruck macht, erfolgreich zu sein, misst den Blutspiegel, vielleicht erhöht man es ein bisschen und macht sonst nichts. Und ein Antidepressivum zum Beispiel, nix. Oder ein bisschen Zopiklon zum Schlafen, das Lithium weiter und als Antidepressivum nix. Oder ein bisschen Myrtaxapin zum Schlafen, ist ja auch ein bisschen antidepressive Wirkung drin. Lithium weiter und als Antidepressivum ernst genommen nix. Ja, das ist die Take-Home-Message. Am besten nix. Ja, manche geben dann auch 20 Milligramm Fluoxetin oder so dazu. Gut. Der nächste Punkt ist auch einfach Therapie der manischen Phase. Das ist ja immerhin auch ein Teil der Erkrankung, dass man immer wieder manische Phasen hat. Und da ist es relativ wichtig, dass man schnell die Manie beendet kriegt. Also wenn der Patient, wenn die Patientin im Krankenhaus ist, dann ist die Lage ja oft schon relativ gut unter Kontrolle. Zu Hause ist sie es oft nicht. Da wird oft viel Geld ausgegeben. Da werden riskante Sachen gemacht und da wird viel Schaden angerichtet. Und die Behandlung der Manie, einer richtigen, echten Manie, also nicht nur ein bisschen gut gelaunt, die ist das Phasenprophylaktikum weitergeben und zwar in der Regel in einem relativ hohen Blutspiegelbereich. Beim Lithium haben wir es eben gesehen. 1,0 ist da so ein Ziel, 1,1 vielleicht. Dann ein Antipsychotikum hat sich sehr bewährt, ist jetzt meine persönliche Haltung, ich mache das so. Das führt oft dazu, dass die Manie deutlich schneller zum Ende kommt, als wenn man das nicht dazu geben würde. Und sehr häufig muss man auch ein Sedativum einsetzen, weil im Rahmen einer echten Manie schläft die Patientin nur zwei Stunden in der Nacht. Das ist ja auch anstrengend. Das ist sehr angetrieben. Meistens ist die Stimmung ja auch nicht gehoben im Sinne von angenehm fröhlich, sondern meistens ist die Stimmung ja gereizt, gemischt, gehoben, schlecht, oft aber gereizt. Und da ist ein Sedativum viel wert. Also eine Beispielmedikation wäre zum Beispiel das Lithium als Phasenprophylaktikum setzt man fort. Blutspiegelbereich 0,8 bis 1,1 Millimol. Dann gibt man ein Antipsychotikum dazu, weil das einfach dazu führt, dass die Manie schneller abklingt. Zum Beispiel das sedierende Olanzapin. 15 Milligramm ist eine solide Dosis für einen gesunden Erwachsenen. Und dann noch eine Sedierung, auch tagsüber mit einem nächtlichen Schwerpunkt. Das ist zum Beispiel eine häufige Medikation bei einer richtig akuten Manie. Könnte man jetzt auch, wenn einer vorher mit Valprat behandelt wurde, also das muss jetzt ein Patient, ein männlicher sein. Denn Frauen im gebärfähigen Alter jedenfalls fallen da ja raus. Gibt man das weiter, guckt den Blutspiegel an. Man kann Risperidon auch gut geben im Rahmen einer Manie. Und was anderes zum Sedieren, zum Beispiel Promazin. Also das wäre auch ein typisches Regime. Oder man macht es ein bisschen milder. Kabamazepin war das Phasenprophylaktikum. Dann gibt man das weiter. Dann gibt man Quetziapin vielleicht dazu als Antipsychotikum und Baldurat als Sedativum. Das ist ja eigentlich ein Schlafmittel. Das kann man auch tagsüber geben, macht dann auch müde. Das wäre eine typische Behandlung. Natürlich kann man auch zum Ergebnis kommen, das Phasenprophylaktikum bringt irgendwie nichts. Das ist jetzt schon die dritte manische Episode in sechs Monaten. Dann würde ich auch mal sagen, dann wechselt man es mal. Aber nicht automatisch wechseln, weil eine Krankheitsepisode auftritt. Okay. Angehörige ist ein sehr wichtiges Thema bei der bipolaren Erkrankung. Denn die werden sehr in Mitleidenschaft gezogen bei den Manien. Auch bei den Depressionen. Und auch die sind irgendwann erschöpft von dem Ganzen hoch und runter. Da können wir Ärztinnen und Ärzte zumindest aufklären, dass das eine Krankheit ist und dass das nicht Absicht, böser Wille, schlechte Moral oder sowas ist. Und dass man mit der geeigneten Medikation auch oft einen ganz guten Bannloserfolg erzielen kann. Und es gibt ja viele Angehörige, die Absprachen mit den Patientinnen oder Patienten treffen. Wir bleiben zusammen, aber du nimmst deine Phasenprophylaxe. Sowas in der Art. Kann sehr wirkstark sein. Die Prognose der bipolaren Erkrankung ist eigentlich sehr gut. Ich habe es eben schon mal gesagt. Im Intervall sind die meisten Patienten so gesund wie du und ich. Es gibt eigentlich kein zunehmendes Residuum. Das gibt es bei der schiziaffektiven Erkrankung, bei der bipolaren Erkrankung eigentlich nicht. Es gibt aber so Krankheitsverläufe, da weiß man selber nicht genau, ist da ein bisschen schiziaffektive Psychose doch drin. Dann gibt es schon mal eine Verschlechterung nach jeder Episode, die auch nicht ganz weggeht. Aber der normale bipolare Patient, die normale bipolare Patientin ist im Residuum uneingeschränkt leistungsfähig und ist genauso gut dran wie ohne Krankheit. Gut. Das war mal ein Überblick über die Medikation. Das Lithium-Video kann ich sehr empfehlen, wenn man es da genauer sehen will. Die anderen mache ich vielleicht noch. Mal gucken. Wenn es genügend Lakritz-Tier gibt, kann das sein. Und jetzt gehen wir mal zu den Hörerinnenfragen. Also, Beate fragt, reichen 0,3 Millimol pro Liter Lithium zur Prophylaxe der depressiven Phase aus? Nicht jeder hat Manin und nicht jede verträgt mehr als 0,3 Millimol pro Liter. Hilft Lithium nach Absetzen bei erneuter Lithium-Therapie? Also die letzte Frage kann ich beantworten. Es gibt ja immer die Sorge, wenn ich ein Psychopharmakon absetze, dass es, wenn ich es danach wieder ansetze, nicht mehr wirkt. Das ist nicht so. Das gibt es bei Antibiotika. Wenn ich das nehme gegen irgendeinen Staphylokokon und dann setze ich es ab, dann könnte es sein, dass die resistenten Keime sich jetzt vermehren. Und wenn ich dann das gleiche Antibiotikum wiedergebe, dann wirkt das nicht mehr so gut. Das ist bei Psychopharmaka in aller Regel nicht so. Sowohl Antipsychotika als auch Antidepressiva als auch eben Phasenprophylaktika wirken meiner Meinung nach wieder genauso gut, wenn ich sie nach dem Absetzen wieder ansetze. Ist so eine Privatmeinung von mir. Ich weiß gar nicht, wie seht ihr das? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Die Patientinnen und Patienten haben da immer eine Riesenangst vor. Ich habe da keine Erfahrung gemacht, dass wenn man was absetzt, uns wieder ansetzt, dass es danach schlechter wirken sollte. Reichen 0,3? Ja, das kann sehr wohl reichen. Also in der Gerontopsychiatrie eh oft und wenn jemand damit merkt, dass die Phasen seltener geworden sind oder fast nicht mehr vorhanden sind, dann wirkt es, das kann man eben nur rausfinden, indem man es ausprobiert. Wenn man es nicht verträgt mit einem höheren Blutspiegel, dann kann man das sehr wohl versuchen. Ich würde das dann mal so zwei Jahre beobachten und gucken, wie viele Krankheitsphasen habe ich. Und wenn ich keine habe, nehme ich das weiter auch mit 0,3. Jeder Jeck ist anders, wie wir Kölner sagen. Lisa fragt, warum gibt es trotz Lithium Therapie Rückfälle? Ja, also da muss man sich auch klar machen, auch Lithium ist kein Wundermittel. Alle Phasenprophylaktika, alle Medikamente sind kein Wundermittel. Es ist schon so, selbst mit einer Phasenprophylaxe hat man noch depressive und manische Episoden. Oft, wenn man ein bisschen Pech hat. Sie sind nur halt viel seltener und hoffentlich auch weniger stark als ohne Behandlung. Aber auf 0 kommt man meistens nicht. Wie grenzt man die psychotischen, wahnhaften Symptome einer bipolaren Störung zur Schizophrenie oder Schizoaffektivität ab? Jo, das ist halt schwierig. Das ist einfach eine Gewichtung. Welche Rolle spielen die? Sind die genauso wichtig wie die affektiven Symptome? Dann ist es eher eine schizoaffektive Störung. Wenn das nur so in der Spitze, der man nie mal ein bisschen größer geworden ist, dann ist es eher bipolar. Ist aber eine Abgrenzungssache. Und die letzte Frage ist so eine Fangfrage für die Facharztprüfung. Darf Valproat ohne Bedenken an Frauen im gebärfähigen Alter gegeben werden? Nein. Das macht offenbar wirklich schwere intellektuelle Fehlbildungen beim ungeborenen Kind. Und darf dort eben gerade nicht gegeben werden. Kann Lamotrigin bei bipolaren Störungen helfen? Welches Medikament würden Sie bei einer bipolaren Störung empfehlen? Fragt Abdul. Ja, Lamotrigin wird auch nicht selten eingesetzt. Ist relativ gut verträglich. Ist ja eigentlich ein Antiepileptikum. Und die helfen offenbar auch gegen die bipolare Erkrankung. Ich weiß gar nicht, ob es dafür eine Zulassung hat. Ich glaube nicht, aber weiß ich gar nicht genau im Moment. Aber es wird häufig eingesetzt. Ich glaube nicht, dass es so wirkstark ist wie Lithium. Aber kann man schon nehmen. Und wenn jemand Lithium nicht verträgt, steht das definitiv auf der Liste, die man ausprobieren könnte. Welches würden Sie empfehlen? Also meine Empfehlung ist, mit Lithium anzufangen. Weil es mit Abstand das wirksamste ist, meiner Meinung nach. Und wenn man das verträgt und damit gut zurechtkommt und es gut wirkt, dann bleibt man einfach dabei. Nur wenn man das wirklich nicht verträgt oder es wirklich nicht wirkt, soll man auf ein anderes wechseln, wäre meine Empfehlung. Also wenn man bei sehr niedrigen Blutspiegeln schon sehr viel Nebenwirkungen hat, Zittern zum Beispiel, Schilddrüsenprobleme, kann es mal begründen, dass man es absetzt. Oder wenn es eben nicht wirkt, dann sollte man umstellen. Aus Sorge vor Nebenwirkungen sollte man nicht den Versuch weglassen. Also viele Patientinnen und Patienten sagen mir auch, das will ich nicht nehmen. Dann zittert man ja den ganzen Tag. Ach nee, dann würde man es nicht so dosieren. Also dann würde man es niedriger dosieren. Also versuchen sollte man es. Das wäre meine Empfehlung. Aber muss natürlich jeder für sich selber wissen. Lisa fragt, Valproat und Östrogen-Ersatzpräparate. Verträgt sich diese Kombination? Ja. Was macht man da, um das rauszufinden? Man öffnet die Wechselwirkungsdatenbank seiner Wahl. Ich habe jetzt hier mal PSIAC geöffnet. Tippt ein Östrogen und Valproat. Und dann schmeißt er die Antwort raus. Hier sind vier Reiter. Der erste ist Interaktion zwischen einem bestimmten Östrogenpräparat. Und Valproat sind keine Interaktionen erfasst. Dies bedeutet nicht blablabla. Und das kommt daher, weil Valproat zwar Zytochrom-P2A6 induziert, aber darüber wird Estradiol nicht abgebaut. Und beim UGT ist das nicht so kritisch. Also die Wechselwirken nicht so stark. Und das ist ja eine wichtige Frage, denn es gibt sehr wohl Medikamente, die zum Beispiel mit oralen Kontrazeptiva so wechselwirken, dass der Blutspiegel abfällt und die orale Kontrazeption nicht mehr wirkt. Also das muss man schon auf der Spur haben. Zurück zu Östrogen und Valproat. Also auch pharmakodynamisch und was bestimmte Nebenwirkungen angeht, gibt es keine Wechselwirkung. Das verträgt sich also. Irina fragt, insbesondere die Behandlung der schwangeren Frauen ist sehr spezifisch. Bitte da Ihre Meinung und Erfahrung. Danke. Ja, also sobald eine Patientin schwanger wird, hat sie den natürlichen Impuls, alle Psychopharmaka, die sie vorher genommen hat, abzusetzen. Kann ich auch gut verstehen. Also wir haben jetzt hier eben viel darüber geredet, dass bei einem bestimmten Medikament, dem Valproat, bekannt ist, dass das Schädigungen auslösen kann. Und wenn es jetzt bei einem anderen Medikament nicht bekannt ist, macht Frau sich natürlich trotzdem Sorgen. Und die fährt da übrigens auch. Aber die Wahrheit ist natürlich ein bisschen differenzierter. Es ist schon so, wenn eine Frau ein Phasenprophylaktikum bekommen hat und wird dann schwanger, dann frage ich mich natürlich als erstes, ist es Valproat? Das würde ich absetzen. Also muss man auch in der Dosis reduzieren und dann aber absetzen. Das ist einfach, das würde ich jetzt nicht weitergeben. Aber beim Lithium, beim Carbamazepin, bei den anderen Antiepileptika ist es so, die schützen ja sehr gut vor einer Manie und vor einer Depression. Und das ist eine wichtige Funktion. Und deswegen macht es auch Probleme, wenn man die einfach absetzt. Dann kann nämlich während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt die psychiatrische Erkrankung eben doch wieder auftreten, was auch schlecht ist. Und deswegen überlegt man sich schon, ob man das nicht weitergeben kann. Und in der Regel wird empfohlen, das weiterzugeben unter häufigen Blutspiegelkontrollen. Und jetzt darf man dazu wissen, dass es so, der Blutspiegel bei der Mutter ist nicht der gleiche wie der beim Kind. Der beim Kind ist viel niedriger. Zwar gehen diese Medikamente über die Plazenta auch in den Blutkreislauf des ungeborenen Kindes, aber in einem viel niedrigeren Blutspiegelbereich. Und müssen eben nicht unbedingt immer schädigend wirken. Schädigen meistens sogar nicht, außer dem Walproat. Und dann ist die Abwägung in der Regel häufig zu messen, den Blutspiegel bei der Mutter. Und dann unter einer guten Kontrolle die Medikation fortzusetzen. Wenn das Kind dann geboren ist, kann man auch beim Kind den Blutspiegel messen. Und es gibt auch Situationen, in der das Stillen weiter funktioniert, wenn beim Kind kein Blutspiegel von dem Medikament ankommt. Das ist aber dann ein bisschen Einzelfall. Da muss man gucken, welches Medikament und wie ist es im Einzelfall. Also nicht im Reflex absetzen, sondern ganz in Ruhe zur Ärztin, zum Arzt gehen und besprechen, wie ist die Lage wirklich. Benjamin fragt, wieso wird oft Quetziapin als erstes Mittel genommen, wenn doch Lithium viel besser wirkt? War zumindest in der Klinik, in der ich war. Ja, das sehe ich auch oft. Naja, Quetziapin ist dafür zugelassen. Ich glaube, dass da sehr viel Marketing auch unterwegs war, als es zu diesen Zulassungen kam und zum Bekanntmachen dieser Zulassung. Auch ich glaube, dass Lithium viel wirksamer ist als Quetziapin in der Rezidivprophylaxe. Deswegen bei mir in meiner Behandlungspraxis wird das nicht genommen vor Lithium. Aber es gibt auch Leute, die kommen mit Quetziapin zurecht, dann soll es auch gut sein. Aber ich meine, dass die Wirksamkeit deutlich schlechter ist. Erstmal danke für die Videos, sagt Ortestus. Eine Frage, auf die ich noch keine richtig gute Antwort gefunden habe, ist, ob sich die Behandlung der bipolaren Störung irgendwie von der einer schizoaffektiven unterscheidet. Ich finde das immer ziemlich schwammig, weil schon die Diagnosestellung schwammig ist. Ja, die schizoaffektive Erkrankung, da gibt man auch ein Neuroleptikum, auch ein Antipsychotikum. Das macht man bei der bipolaren Erkrankung ja nur während der manischen Episode und dann setzt man es wieder ab. Und die Dosierungen des Antipsychotikums sind auch dann über den ganzen Zeitraum der Behandlung auch in der Rezidivprophylaxe relevant. Also zum Beispiel drei Milligramm Risperdal oder sowas gebe ich auch zur Rezidivprophylaxe bei einer schizoaffektiven Störung. Bei einer bipolaren Erkrankung gebe ich ja kein Antipsychotikum in der Remissionsphase. Ist ein symptomfreies Leben bei guter medikamentöser Einstellung erreichbar? Sind Krisen vermeidbar und ein normales Leben möglich? Danke. Ja, das ist die gute Nachricht und damit will ich das Video deswegen auch beenden. Bei einer guten medikamentösen Einstellung gibt es oft gar keine Krankheitsepisoden und das Leben ist völlig normal. Völlig normal und ohne Einschränkung. Deswegen ist es auch so wichtig, das richtig zu diagnostizieren und eine vernünftige Phasenprophylaxe zu empfehlen. Dann ist nämlich eine Krise vermeidbar und ein normales Leben möglich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schreibt mir eure Erfahrungen mit der bipolaren Erkrankung und der Behandlung dergleichen mal in die Kommentare. Überset die ganzen Contentstellen nicht, an denen es PsychCast gibt. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Vielen Dank.